Als ich 17 Jahre alt war, begann sozusagen meine erste Geschichte als Motorradfahrer. Ich habe mit dem Führerschein und dem Personalausweis meines Bruders über die Grenze nach Belgien und habe dort auf einer Aktion in der belgische Polizeimaschine standen. Von 1979 bis 1989 habe ich weltweit mit Motorrädern gehandelt. Ich bin manchmal 136 Stunden im Monat geflogen. Ich war dreimal mehr in der Luft als ein Flugkapitän. Ich baue gerne reduzierte Motorräder, einfach einen Rahmen, zwei Räder im Motor, möglichst keine Farben. Shoppen heißt für mich weglassen. Das interessiert mich. Also wenn es eine kleine technische Lösung gibt, Details, Herausforderungen. Und alles, was ich tue, ist aber immer eine Hommage an das, was war. Musik 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 Easy Rider als Film war für mich wichtig, ich weiß wie andere das empfunden haben, da ging es um Freiheit, ich habe sowas eher technisch gesehen, also vielleicht für andere ein bisschen unromantisch, aber Fahrradrahmen. Keine Federn, großer Motor mit super Sound, modulares System, einfache Technik, ist einfach in sich cool. Mein Name ist Uwe Ehinger und meine Firma heißt Ehinger Kraftrad. Ehinger Kraftrad Ehinger Kraftrad